Richtig geil gemacht. Wo bleibt er denn jetzt? Ich dachte, er hat nur ne halbe Stunde Zeit. Also er sagt, er hat ne halbe Stunde Zeit, aber kommt nicht. Wie soll ich das jetzt verstehen? Alter, wo bleibt er denn, Mensch? Alter, wo bleibt er denn, Mensch? Hartmode sowieso eigentlich. Ah, da ist er ja. Hallo. Jetzt können beide sterben gehen. So, jetzt müsst ihr noch in die Party einladen. Denn er ist nicht da. Güter gefallen. Güter geknallt. Na, Güter. Hallo. So, dann starten wir mal schnell und dann sind beide glücklich. Hoffe ich mal. Bin ich da gefallen? Ja, ich bin auch gleich gefallen. Mit Oma. Du hast ja lange gebraucht, um zu sterben. Ey, vorher beschwert man sich immer, dass der zu früh stirbt und dann beschwert man sich, dass er zu schnell stirbt. Ne, zu langsam stirbt. Ne, zu langsam stirbt. Dann mal los. Äh, genau. Äh, so. Du musst, äh, du musst gleich nach links mit. Was glaube ich, ne? Gut. Weißt du, wie alles funktioniert? Na stimmt der, der ist ja noch nicht meine Part... Ist jetzt doob... Ist jetzt doob an die in der Party fällt mir grad an. Ich hab schon wieder vergessen. Ja, gut. Ah, ok. Gut, ich mach dann hier das alles wieder. Dann ist alles easy. Gut, dann wissen wir alle. Was wir zu tun haben. Jupp. Jupp. Du bist du hier. Oh, Mann. mit der mächtig der karte schossen da sind schon da bin ich da sie feuern schiebt was mit euren letzten typen rechts rechts bitte nicht ermächtigt wo sind die ermächtigten erst recht bitte fehlt einer mit dem noch ein fall vielleicht ja ich hatte nicht mein gleichzeit drauf geschossen wo zuerst drauf sagt dann warum da war ich gut aber ein kleiner tipp für die leute die exo schwer bei der letzten phase geht damit zu aktien haut mit rt drauf was sie können hat ja meist der mensch auf das stärker als geallahorn stärker simulant ja natürlich ich mache das immer mit ich gemacht habe 800.000 ich habe den meisten schaden gerade glaube ich rausgehauen weil ich mich nicht ganz irre schützt die ich gehe einfach normal e ja mit der mächtigen schweber müsste schon also darum könnte ich nicht auch noch die versinkt ich bin tot weil die ganzen schwebe waren ja hier waren allein schon noch zwei stück die schwebe haben mich noch nicht mehr getötet, das war Axis sogar, weil die schwebe haben mich runtergefallen deswegen konnte mir Axis locker mit einem Schuss wegfallen ne, der hat mich richtig liebgeworden na egal, normal wenn man versenkt, dann kann man ja schlecht auf die schwebe halten dann hat man ja keine Munition mehr und im Nahkampf Dauer zu sagen okay okay Ich hab ihn nicht geworfen, aber ich hab ihn nicht geworfen. Ich hab ihn nicht geworfen. Hitsch beplant Nein, der schießt die Arme wie Weltmeister, ne? Ja, der schießt die Arme. Ja, der schießt die Arme. Ja, Mitte, Mitte. Mitte anmächtig. Äh. Bitte. Mit der mächtig. Nichts, geht nur nach links, geht nur nach links. Rechts. Rechts. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Und drauf. drücklabor